Seit Mitte Januar 2012 sind während drei Monaten schätzungsweise 3000 Wale und Delfine in Peru gestrandet. Besonders häufig wurden dabei säugende Muttertiere und Kälber an der Küste angespült. Das Ausmass dieser Massenstrandung ist erschreckend und deren Ursache ist noch nicht endgültig geklärt. Das folgende Video zeigt Dr. Carlos Rebenianos, Präsident der von Oceancare unterstützten lokalen Organisation Orca, bei der Untersuchung der Delfin-Kadaver. Seinen ersten Vermutungen zufolge ist Unterwasserlärm für den Tod der Tiere verantwortlich. Wir haben eine Decompression-Syndrome in diesem Tier, die mit dem Akustikimpakt beherrscht. Aber wir müssen das auch in der Forschung in der Forschung zu sehen, ob es Gas bubbles gibt in den Vesseln von diesem Tier. Kannst du das mit den Samplesen du hast? Ja. Das ist eine Frau, eine Frau, und sie hat eine Baby. Und wir können sehen, weil der Protrugungsnippel in dieser Seite, neben der Gentlemanstrand und der Milch in den Glanden hier, in der Körper. So, das war ein Tier健康. Das Tier hat einen Tier, und sie hat einen Tier, und sie hat einen Tier, und sie hat einen Tier. So, es ist sehr strange, dass ein Tier健康健康 sein wird, wie dieses Tier. Untertitelung des ZDF, 2020 These dolphins are all in very different stages of decomposition, indicating that they came ashore here at different times.